Von Reinhardt, einige kluge Pässe von ihm, wie hier auf Derdiok, von Trash gestellt und dann das! Ein unglaublicher Fallrückzieher. Derdiok zeigt viel Haut, sieht dafür gelb, aber er zeigt vor allem seine Klasse. Mit links angenommen, mit rechts über Trash gelupft und danach ein einziger Genuss. Ach ja, und dann wollte Dudja noch wechseln. Freude auch, auf der Bank, beim Tor. Erleichterung bei Kapitän und Trainer. Und jetzt wurde es interessant.